Francine Geordi, mit bürgerlichem Namen Francine Lehmann, wurde am 24. Juni 1977 in Großhöchstetten, Schweiz, geboren. Sie wuchs in Richigen, einem Stadtteil von Worb im Schweizer Kanton Bern, auf. Schon in jungen Jahren zeigte Francine musikalisches Talent und zeigte eine Leidenschaft für die darstellenden Künste. Der Ausgangspunkt für Francines künstlerische Karriere war, als sie im Alter von neun Jahren in Moorkote, Kanton Tessin, auf der Bühne stand. Anschließend trat sie regelmäßig bei touristischen Veranstaltungen im Spücher in Interlaken auf. Sie sang mit ihrer Schwester Nicole in der Band Gospel 4 und erhielt eine Gesangs- und Klavierausbildung am Konservatorium in Neuenburg. Die Wahl des Künstlernamens Geordi sollte seine Herkunft repräsentieren und gleichzeitig einen Namen schaffen, der leicht zu merken und für viele Sprachen geeignet ist. Francines Karriere begann sich zu entwickeln, als sie 1998 mit dem Lied, Fire of the Sire, am Folk Music Grand Prix teilnahm und den ersten Platz gewann. Anschließend nahm sie mit dem Lied, Don't Les Jardets de Montvigne, am Eurovision Song Contest 2002 teil, erreichte dort aber nur den dritten Platz. Sie entwickelt ihre Karriere durch Alben und Schallplatten weiter und arbeitet mit vielen anderen berühmten Künstlern zusammen. In ihrem Privatleben werden Informationen über Francines Beziehung und Familie nicht allgemein bekannt gegeben, sodass es unmöglich ist, klare Informationen über ihre Liebe und Familie zu erhalten. Wie viele andere Prominente stand sie jedoch möglicherweise vor Herausforderungen in ihrem Privatleben und in ihren Beziehungen. Es mag sein, dass die Sorgen in Francines Leben nicht öffentlich gemacht wurden, aber mit ihrer erfolgreichen Karriere fand sie Freude und Sinn in ihrer Kunst und Arbeit. Das traurigste Ende könnte von den Misserfolgen oder Herausforderungen kommen, mit denen sie in ihrer Karriere konfrontiert war, aber mit Entschlossenheit und Einsatz überwand sie alle Schwierigkeiten und wuchs in ihrer Karriere weiter. Karriere und Privatleben Francine Jordi ist nicht nur eine berühmte Sängerin, sondern auch eine bei den Schweizern beliebte Fernsehmoderatorin. Sie tritt häufig in Fernsehshows und Musikveranstaltungen auf, um ihr Talent und ihren Charme mit dem Publikum zu teilen. Obwohl Francine für ihren Erfolg und ihre herausragende Karriere bekannt ist, ist ihr Leben nicht ohne Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wie viele andere Künstler war sie möglicherweise mit Arbeitsdruck, Stress und Forderungen der Öffentlichkeit konfrontiert. Doch mit Geduld, Entschlossenheit und Leidenschaft für die Kunst überwand Francine Jordi alle Schwierigkeiten und glänzte weiterhin in der Schweizer Unterhaltungsbranche. Das traurigste Ende könnte von den Misserfolgen oder Herausforderungen kommen, mit denen sie in ihrer Karriere konfrontiert war, aber mit Geduld und Entschlossenheit überwand sie alle Schwierigkeiten und wuchs in ihrer Karriere weiter. Karriere und Privatleben Francine Jordi ist ein eindrucksvolles Beispiel für Stärke und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden, um erfolgreich zu sein. Neben ihrer künstlerischen Karriere hat Francine Jordi auch die ganze Bandbreite persönlicher Erfahrungen gemacht, denen sich jeder Mensch stellen muss. Es macht ihr große Freude, in ihrer Karriere erfolgreich zu sein, von Auftritten auf der Bühne bis hin zur Aufnahme einzigartiger Songs. Insbesondere die Anerkennung und Liebe der Fans ist für sie eine ihrer größten Freuden. Doch wie alle anderen erlebt auch Francine Jordi Herausforderungen im Liebes- und Familienleben. Möglicherweise hatte sie in ihrer Beziehung mit Verlusten, Konflikten oder Schwierigkeiten zu kämpfen. Aber egal was passiert, ihre Stärke und Entschlossenheit helfen ihr, alle Hindernisse zu überwinden und weiter voranzukommen. Die Familie von Francine Jordi war möglicherweise auch mit ihren eigenen Herausforderungen und Tragödien konfrontiert. Sie hat jedoch gelernt, alle Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden und in allen Situationen enge Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das traurigste Ende der Karriere von Francine Jordi dürften Misserfolge oder Chancen gewesen sein, die sie nicht nutzen konnte. Insgesamt hat sie jedoch in ihrer Karriere große Geduld und Entschlossenheit bewiesen, und ihre Leidenschaft und ihr ständiger Einsatz haben ihr geholfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden und sich beruflich und privat weiterzuentwickeln. Francine Jordi ist eine starke und zielstrebige Frau, die für viele in ihrer Künstler- und Fangemeinde eine Inspiration ist. Obwohl Francine Jordi viele Herausforderungen gemeistert hat, setzt sie ihre Karriere mit Leidenschaft und Entschlossenheit fort. Sie ist nicht nur eine talentierte Sängerin und Musikerin, sondern auch eine hervorragende Fernsehmoderatorin. Ihre Karriere hat viel Freude und Erfolg gebracht, von Auftritten auf der Bühne über die Teilnahme an Fernsehshows bis hin zur Aufnahme von Alben. Doch wie alle anderen kann auch Francine Jordis Leben nicht ohne Leid und Herausforderungen auskommen. Vielleicht hat sie familiäre Verluste, Liebesprobleme oder Karriere-Schwierigkeiten erlebt. Aber dank ihrer Stärke und Entschlossenheit überwand sie alle Schwierigkeiten und entwickelte sich sowohl im Leben... Okay, jetzt mache ich wieder das folgende, ja, ich plustere das auf und verlängere alle Seitenlängen um den Faktor K. Es muss jetzt ein ähnliches Dreieck bleiben, ich habe versucht ähnlich zu zeichnen, es darf jetzt nicht in die eine Richtung mehr als in die andere gestreckt werden und so, sondern in alle Dimensionen, alle Richtungen gleich lang. Das bedeutet letztlich, alle Strecken, egal welche Strecke ich betrachte, alle Strecken werden um den Faktor K verlängert. Die Seitenlängen des Dreiecks, die Höhe, was auch immer, alles wird um K größer. Das bedeutet um den Faktor K Strecken. Das heißt, ich habe hier unten K mal G und hier die Höhe ist K mal H. Was passiert jetzt mit dem Flächenhalt? Wer kann man diktieren, was ich hier ausrechnen muss? A2 ist gleich... Was? 1,5 So, was kommt dann? G, H, K Was ist denn die Grundseite? Wie lange ist denn die? Wie lange ist denn die Grundseite? G mal K oder KG steht hier unten, also das heißt nicht Kilogramm, sondern K mal G, genau. Die Grundseite ist K mal G lang. Wie lange ist die Höhe? K mal H, genau. Okay, 1,5 K mal G mal K mal H. 1,5 mal Grundseite mal Höhe. Und Sie sehen schon, vielleicht kann man es wieder umstellen. Ich kann die beiden Ks mal nach vorne holen. Dann steht da K Quadrat mal, okay, relax hier, 1,5 mal G mal H. Ja? 1,5 K mal G mal K mal H ist gleich K Quadrat mal 1,5 mal G mal H. Also einfach die beiden Ks nach vorne geholt. Und dann ist es gerade wieder K Quadrat mal A1. Also selbst beim Dreieck vergrößert sich der Flächeninhalt um den Faktor K Quadrat. Flächeninhalt vom Kreis. Wir berechnen mit Flächeninhalt vom Kreis. Ja? Pi mal R Quadrat. Okay. Okay.